Nachdem wir beim letzten Minecraft Skyblock Video gesehen haben, wie witzig es eigentlich sein kann, wenn man mit ein paar Freunden spielt, dachten wir, wir spielen heute mal Rocket League. Ein Game, wo man gar nicht toxic wird, vor allem auch nicht auf seine Teammates. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß. Ich mag, wenn es Ariel ist, die bin ich nicht gewöhnt, dass er die macht. Aber ich finde das geil. Als Kompliment, yeah. Ich finde das unfassbar satisfying. Oh, ich dachte, das bin schon. Ah, Digga, wo ist denn mein Boost hin? Ich bin losgeöpft und plötzlich hatte ich null Boost. Ich dachte, ich faked den Typen beim Ariel. Hat nicht so funktioniert. Aua. Nicer Fake. Danke. Ja, doch. War geplant, spanne. Oh, ich faked. Ja, ich faked. Ja, ich faked. Wollte ich nicht machen, aber hat gepasst. Ich faked. Ich faked. Der Typ dachte auch. Oh. 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 Ist das so geplant aus, man. Holy shit. Hab ich. Oh Mann. Tame, Junge. Oh. Faked, Benne. Junge, hat es bei mir gerade das Knarzen angefangen. Ja, Digga, ich bin losgeöpft. Sie ist losgeöpft. Oh ne, meh. Hili, was machst du da eigentlich für Kunststücke beim Zurück? Ich kann keinen Halflip, Mann. Halflip. Der Halflip. Der haut. Der haut. Geht er rein. Der haut. Hä? Benne. Ich glaube, ihr verwirrt die echt. Also. Ich bin einfach langsam angefahren. Ich glaube nicht, dass die dachten, dass Benne den spielt. Die dachten, dass du draufchast. Will, will keiner drauf? Ne, ich dachte, ich dachte, dass du gehst. Bzw. Ich glaube, dass du das warst. Yeah. Oh mein fucking Gott, den hätte ich so nicht gehabt. Ja, das war echt sexy. Ich hab gejoked, Mann. Weil ich keinen Boost hatte. Ah! Kann ich treffen? Oh, der wär sogar gegangen. Okay, geh ich halt doch vor. Schön. Der ramm mich erst weg. Faked noch. Oh shit, Digga. Politisch ausgedrückt. Gut war das jetzt nicht. Aua. Okay. Ah! Oh, Elidorn. Ich dachte, du spielst ihn her. Schönes Ding. Er war der eine gerade echt auf den Kopf und wollte uns disrespekten. Als fuck. Oh. Oh, Elidorn. Nein. Haha. Holy fuck. Ich hab keinen Bu... Oh Gott, den Mäbel. Alter, das Glück hab ich abgedreht. Komm, 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 komm. Digga, er hat ihn noch da gehittet. Er hat, glaub ich, nicht mehr mich aufstehen. Harpus. Oh mein Gott. Komm, Wende. Junge. Edi. Edi, du bist hinter Wende. Nein, Wende war hinter mir. Nein, 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 nein. Oh, Junge, Wende. Ich will deine Aufnahme sehen, Digga. No, don't. Ich will sie auch sehen. Du warst aber... Ich hab keine Ahnung. Es kann doch sein, dass wir gleich waren. Oh fuck. Ich weiß, ob der geht. Nein, ich weiß nicht. Kein Buuuut. Junge, und ich brems auch noch ab wie der größte Dings, weil ich denk, jetzt macht er den mal. Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Wie kann sowas auf fucking Champ reingehen? Nein. Nicht gegen den Shot, ne? Aber... Ich mein, der Shot ist schön. Aber auf diesem Fall... Der Ball war drei... Der Ball war drei Jahre in der Luft, man. Ne, da war er ziemlich drauf vorbereitet. Ach toll, geht doch höher, Ball. Toll. Toll. Also das war jetzt schon wieder ein bisschen Chasen von dir, wa? Von mir! Ja. Ja. Das war ein scheiß Spiel. Ja, das war's, Digga. Schmutz. Safe, oder? Noch zwei Tore. Let's go. Ah, ja, 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 ja. Ja, war das schon scheiße. Er hat's halt echt nicht gebacken bekommen. Possible. Possible. What a nice game this is. For real. Winnable. Winnable. Einfach winnable. Nein, ich warte's. Nein. Einen Game, noch. Einen Game, noch. So. Hab ich. Alter, wir haben einfach einen Season 1 Rumble Champ. Grand Champ. Yo! Ich werde abschneiden, wieder komplett übersteuern. Was? Ich block? Bin ich... Hast du denn gern? Was? Was? Bitte, 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 schau dir einfach das Replay an und clipp die Scheiße und dann stellst du in dein Video rein. Oh no, Jovo Kicker. Wo denkst du, dass ich hin will, als auf was anderes, als auf dich zu warten? Ja, ich weiß nicht, du hast gesagt, du fakest ihn vorm Tor jetzt. Mittlerweile. Och, Digga, wo schließe ich hin? Oh, fast. Aber heute eh die kommt, oder? Ah, schmackhaft. Ich kannst du auch in der Video rein machen. Ey, ich hab nen Namen, Toxicity in Rocket League. Ich mach jetzt einfach jedes Spiel durch. Ich such Toxicity und dann easy. Game. Toxicity. Ihr könnt's beide nicht mal aussprechen. Sorry. Toxyshine im Team ist gut für die Teamkommission. Toxyshine? Toxyshine. Jason aber nicht, wa? Was? Jason, Derello. Was? Block den. Oh Gott, den Wimmel. Nein! Digga, Eli. Warum darfst du noch nicht so beten? Guck sie an. Achtung. Der wäre so oder so reingegangen. Ne, 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 ne. Der wäre gegen die Latte. Nice pass. Nice shot. Du kannst dein fucking Video nennen. Leon sucht neues Team. Ich seh nichts. Ach, Digga, und dann geht sowas halt wieder rein. Das ist so eine Schmutzpässe. Ah, mein Pass war im Schmutz. Ja, ok. Nein. Schütze. Digga, Schmutzschüsse. Schmutzschüsse wollte ich sagen. Ich habe keinen Boost, aber ich mache den Achtung. Hast du gesehen? Pff. Ach, Digga, das wäre doch schön gewesen. Oh, ne, nein. Ach, Digga, das wäre doch schön gewesen. Was ist da passiert? Was ist da passiert? Einfach nie, Mann. Wenn du machst das. Habe ich den zweimal getoucht? Das ist ja dreimal, oder? Ach, Digga, Digga. Das sah aus wie Karate Kick. Juge, was ist da passiert? Das sind die Advanced-Technik. Pekka! Oh, ne. Oh, ne, ich bin kack. Leo. Hä? Das ist... Bro, ich bin vom Kick-Off zurück. Es war kein Boost da. Das... Okay. Das sah richtig los. Und wir beide waren auf einer Stelle. Es sah richtig... Es sah richtig... Es sah richtig los aus, was wir gemacht haben. Ja, Digga, ich gebe dir richtig los. Fuckt euer Prozessioning an. Oh, scheiße. Ja, ich weiß, das ist eh nicht gut. Was zu seiner Verteidigung der Ball wäre. Mit dem Fake-Off nicht reingegangen. Alter. Warum war ich denn bei den verkrüppelsten Tordern? Ich habe mich außerdem in die falsche Richtung gedreht. Ich bin mal aus der richtige Richtung, ne? Ich wollte mich aber nach links drehen. Ja, wie hätte ich das nicht gemacht? Ach, keine Ahnung, Digga. Jetzt werde ich einfach nicht drinnen. Nehmen wir. We take this. Oh Gott. Nice. Oh, schmackhaft. Erstmal noch Leon Boost gestealt nach dem Ende. Obwohl ich dich bumpen wolle. Nice. Okay, doch ein Match noch. Ah, ein Match noch. Ah, okay. Er will noch mal verlieren. Digga, RLCSX Major Elite. Major Elite. Was ist das für ein Scuff der Rang? RLCSX Haupt Event Elite. Oh, lol. Doch. Leon wäre Mitte. Mach ich auch. Du bist nicht gebumpt, oder? Tot! Oh Gott. Geil, Mann. Ich muss gucken, was ich dann am Ende noch mache. Genau jetzt. Biruette. Mein Gott, das war einfach so eine unsichtbare Faust, die ich da bewegt habe. Oh, Digga. Ich bin richtig ekelhaft schräg losgeflogen. Oh mein Gott. Nein! Nein, Junge. Achso, hast du auch genauso verkackt? Wäre der gegangen, wenn er nicht rangegangen wäre? Nein. Ich glaube nicht, ne. Hinter dir war ja noch jemand, oder neben dir. Oh mein Gott. Ich wollte ihn killen. Oh. Oh. Ja. 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 Ja, was macht denn der? Hä? Hä? Der eine ist nur ausgerissen. Aber Andy. Wollte nicht das. Andy wurde vom Mate weggegetet. Ja. Ja. Ich hab jetzt die Typen so gelockt. Ja. Nice. Pauli als ob. Den nehm ich mit rein. Nice. Oh mein Gott. Der hätte mich fast geramped, Digga. Pfff. Artillerie. Mitte. Na. Oh. Schade. Ach, der Typ ist gut. Andy? Ja. Deswegen hat er auch bei der RSDS mitgeführt. Er ist X-Haupt-Event. Oh mein Gott. Ist es? Oh mein Gott. Es tut mir leid. Holy f**k. Eli Legende. Es war einfach so my bad. Und Eli Boos gesteilt. Ich hab Andy gebumpt. Oh mein Gott. Imagine der... Imagine der... Ch... 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 Ah, Leon ist wieder 2. Ch... Ja, wie bei ihr.